Ja moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um das Fortschrittssystem von Apex Legends. Viele die schon seit Ewigkeiten dabei sind, beschweren sich zu Recht, dass wir schon seit gefühlten Jahren Level 500 erreicht haben. Nichts passiert. Respawn hat sich vor, ach ich glaube schon über anderthalb Jahren dagegen ausgesprochen, die Levelgrenze von 500 irgendwo, keine Ahnung, bis 750 oder 1000 anzuheben. Schauen aber nach einem System oder nach irgendeiner Art und Weise vielleicht, um es den Hardcore-Grindern interessanter zu machen, regelmäßig auf irgendwas zu spielen, was man leveln kann und so weiter und so fort. Was aber nicht heißt, dass die Levelgrenze nicht doch tatsächlich noch angehoben wird. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das mit Sicherheit irgendwann kommt, wahrscheinlich bis Level 1000, keine Ahnung, und irgendwann noch weiter weg bis 1500, kein Plan. Heute möchte ich euch aber zeigen, auf was wir uns wahrscheinlich in Season 14, Season 15, 15 vielleicht schon freuen können. Und das ist ein Fortschrittssystem. Alter, da habe ich ein Sprachfasching, meine Fresse. Ein Fortschrittssystem, was wahrscheinlich viele extrem feiern werden. Und zwar können wir wahrscheinlich bald die Legenden leveln. Das ist absolut der Wahnsinn. Es wurde folgendes in den Game-Files gefunden. Level 500 Gun Charms für die Legenden. Wenn man jetzt einfach mal nur kurz so den Blick drüber schweifen lässt, denkt man, Mensch, es ist ja nur eine Level 500 Gun Charm-Geschichte. Aber schaut mal genauer hin. Wir sehen von links nach rechts Lifeline, Gibby und Octane Gun Charms 500. Ihr seht es links, Lifeline kann es nur sein, diese zwei Erste-Hilfe-Kreuz in der Mitte, da sehen wir so eine EKG-Linien. In der Mitte sehen wir dieses rote Gedöns, das sind die Pfeile, das ist das Logo von dem Airstrike. Es müsste Gibby sein, könnte wahrscheinlich auch Bangalore sein. Ich gehe aber eher von Gibby aus und ganz rechts eindeutig das Grün. Die zwei Spritzen oben am Rand und in der Mitte so ein bisschen angedeutet an dem Apex-Logo die Szene von der Octane-Maske. Wir können davon ausgehen, dass diese irgendwann kommen und wir tatsächlich unsere Legenden leveln. Jetzt könnte man sich vorstellen oder jetzt überlegt man vielleicht, wozu soll ich in die Legenden leveln? Ich spiele die die ganze Zeit, dann ist die irgendwann Level 500, aber kann auch nicht mehr als vor. Ja und deswegen gehe ich davon aus, dass wir vielleicht tatsächlich in der Standard Apex Legends Version das Perk-System übernommen bekommen aus der mobilen Version. Wer die mobile Version noch nicht gespielt hat, ich rate es jedem einfach mal ans Herz, testet die mal. Die macht unwahrscheinlich Bock. Man muss sich natürlich darauf einlassen, weil die Steuerung sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber in der mobilen Version gibt es ein Perk-System und das macht auf jeden Fall Legenden, die sonst vielleicht unbeliebt waren, interessanter zu spielen, weil sie vielleicht gewisse Perks haben, die wir irgendwann freischalten, die so stark sind, dass man auf jeden Fall Bock auf die Legende hat. Keine Ahnung, zum Beispiel Gibi. Gibi hat einen Perk, zum Beispiel unter der Kuppel heilst du eine Spritze, die dir dann mehr Leben zurückgibt. Oder du downst einen Gegner oder finishst einen Gegner und bekommst 50 HP auf dein Leben und so weiter und so fort. Also jede Legende hat irgendwelche Perks, die es interessant macht, die Legende zu spielen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und ich gehe davon aus, wenn ich eine Legende schon auf Level 500 levele, level ich hier nicht einfach nur die Legende, um diesen Gantscharm zu kriegen, sondern wahrscheinlich um die Perks freizuschalten. In der mobilen Version geht das relativ flott, die 9 Perks an der Zahl freizuschalten. Man schaltet in diesem Perk-Tree auch Emots frei für die Kommunikation mit Gegnern oder mit deinen eigenen Teammates. Ein paar Packs kannst du dann noch freischalten und so weiter. Aber ich gehe davon aus, wenn wir in der Lage sind, eine Legende bis 500 zu leveln, dass wir dann vielleicht sogar Perks freischalten. Aller 50 Stufen von mir aus. Und das macht es auf jeden Fall deutlich interessanter für Hardcore-Grinder Apex Legends, dauerhaft wieder weiter zu suchten und vor allen Dingen andere Legenden, die vielleicht ungeliebt waren, spielbarer zu machen. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Und ich finde das eine geile Sache. Ich weiß, dass viele von euch gegen so ein Perk-System sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das Perk-System nur in gewissen Modi aktiv ist. Aktuell ist in der mobilen Version tatsächlich so, wenn ich Ranked spiele, verspüre ich keinen Effekt der Perks. So kann es sein, dass es in Ranked wahrscheinlich so ist, dass die Perks wahrscheinlich deaktiviert sind und nur ein Standard-Battle-Hoyal. Weil da ich aber nur Ranked spiele, kann ich euch das jetzt nicht 100% beantworten und habe auch bis dato jetzt nichts gefunden, ob es irgendwelche Probleme mit den Perks gibt, dass die vielleicht gerade deaktiviert wurden. Gerne ein Feedback, wer da was weiß. Ja, Ladies and Gentlemen, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt, freue mich aufs Video. Nächste Video wünsche euch noch ein schönes Wochenende und haut rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.